Setze dich in den Fersensitz. Bringe dein Gesäß links neben deine Fersen. Lege deinen rechten Fuß auf deine linke Seite, sodass die Knie übereinander verweilen. Lege deine rechte Hand von oben zwischen deine Schulterblätter und hake deine linke Hand von unten in die rechte. Ziehe deine Wirbelsäule gerade, schließe deine Augen und atme tief. Achte darauf, dass du mit beiden Gesäßhöckern fest am Boden bist. Die Kuh Gomuk Asana Gomuk Asana ist ein Hüftöffner und löst Anspannungen und Ängste. Bizeps, Triebzeps und Schultermuskeln sowie Latissimus und Gluteus werden gestärkt und gedehnt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Löse die Stellung mit der Ausatmung, komme nach vorne und lege deine Fersen auf die andere Seite. Lege deinen linken Fuß auf deine rechte Seite, Knie sind wieder parallel zueinander. Bringe jetzt deine linke Hand von oben zwischen die Schulterblätter und hake deine rechte Hand von unten ein. Atme tief und gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Hüfte. Versuche mit jeder Ausatmung Stück für Stück loszulassen. Sollten sich deine Hände noch nicht berühren können, so kannst du einen Gurt oder ein Stofftaschentuch zur Hilfe nehmen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung. Komme wieder in den Fersensitz, lege deine Hände locker auf deine Beine und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. kasih. Untertitelung des ZDF, 2020